Herzlich Willkommen bei Gameplay Deluxe, hier ist wieder euer Zocker Andy. Wir spielen heute Mushroom Wars und das Game erinnert, es ist ja fast identisch mit Landgrabbers. Wer das kennt? Worum geht's? Es geht um Dörfer, Burgen, sowas wie das da, das ist ein Geschützturm, einzunehmen. Mit Hilfe dieser Bauern hier, jede Farbe ist eine Gattung, sag ich mal. Ihr müsst es einnehmen. Es gibt verschiedene Gebäude, zum Beispiel Häuser, da vermehren sie sich. Wer die besitzt, je nach Größe könnt ihr upgraden, desto mehr kriegt ihr von den Bauern hier. Ich nenne die jetzt einfach mal Bauern und mit Hilfe denen müsst ihr Deffen und natürlich auch Angriff. Wir schauen mal in die Optionen rein. Seht ihr hier ein bisschen? Ich hoffe es ist nicht zu laut. Meine Einstellungen, es ist nicht so viel zum Einstellen. Ihr könnt mehr Spieler spielen, ein Gefecht. Wir spielen die Kampagne mal und ich würde sagen, wir gehen mal rein. So, das ist die Karte. Hier seht ihr die. Und dann fangen wir mal an. Und zwar haben wir hier die erste Mission. Einfach, normal, schwierig. Ja, ich weiß nicht. Ich würde mal sagen, wir probieren es halt einmal auf schwierig und schauen mal, wie es ausgeht. Ich kenne diese Art von Spielen. Müssen wir natürlich schon, wie es geht. Oder wir spielen normal durch. Ich kann es jetzt nicht, weiß ich nicht. Machen wir mal normal. Wir wollen es nicht gleich übertreiben. Und wir gehen mal zum Intro. in miles an. So, Ich glaube, wir spielen die Orangen im Game. So, der schläft am Baum. Der Fall ist auch. Auch schon aufgewacht. Und das sind dann wohl die Gegner. So, da Leute, dann fangen wir an. Das ist so ein bisschen das Tutorial. Wir sollen das da einnehmen. Ich werde die Musik dann gleich ein bisschen leiser stellen. Das ist immer ein bisschen zu laut. Und schicke mit der Rechnung aus, dass du deine Truppen darüber. Okay, das machen wir mal. Allerdings muss ich sagen, wie gesagt, die Musik muss runter. Das geht gar nicht, ey. Das ist ja schon ein Ding. Zu viel praktisch, aber okay. Leiser geht es leider nicht mehr. So, jetzt soll ich die darüber, oder wie? Mhm. Äh. Ja, das geht irgendwie nicht. Entweder bin ich zu... Ah, jetzt geht es. Okay. Nicht rüberziehen, sondern einfach nur anklicken und dann gehen die rüber. So, jetzt haben die das eingenommen. Äh. Upp, p, 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 p. Die linke Maustaste, dann bewegt man das. Okay. Du kannst deine Gebäude upgraden. Das ist so was Schönes. Das machen wir hier gleich. Wie geht das? Rechte Taste. Linke. Kann ich nicht upgraden. Ich schicke die mal da rüber jetzt. Also mit der Steuerung habe ich es noch nicht so ganz. So, wie upgraden wir das jetzt? Oder muss ich auf 20 warten? Vielleicht. So, 20 upgraden, komm. Wie upgradet man das? Äh. Okay. Das ist sehr interessant mal. So, du kannst eine, so mehrere deiner Gebäude auswählen. Jo, das ist klar. Okay. So, jetzt schicken wir alle da rüber. Das müsste doch irgendwie gehen. So, mit der rechten Maustaste schickt man die immer. Ich muss jetzt aber mal die Steuerung da anschauen, weil das geht gar nicht, Leute. Gebäude upgraden ist cool. So, jetzt haben wir es. In Dorf umwandeln, Schmiede, Turm umwandeln. Okay. Also, wir wählen das jetzt aus. Cool. So, jetzt funktioniert das, Leute. Wunderbar. Wie lange braucht ihr zum upgraden? Geht mal da rüber. Alle rüber da. Dann werden wir das auch upgraden. Upgrade hat den Vorteil, ja, sie produzieren mehr, können mehr beherbecken und so weiter. Ich würde das jetzt nochmal machen, dann schicken wir die da rüber wieder. So, langsam haben wir es mit der Steuerung. Ich bin noch nicht so ganz drin. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich sage mal so, es ist machbar. So, dann werden wir die da wieder upgraden. Dazu brauchen wir hier Leute. Minimum die Hälfte muss drin sein zum Upgrade. Es bringt natürlich nichts, wenn ihr das voll upgradet, dass ihr nichts mehr habt, weil der Gegner greift normalerweise an. Nur jetzt ist er gerade ziemlich friedlich. Aber das ist normalerweise nicht so. Das kann ich euch garantieren. So, jetzt schauen wir mal, ob da oben, ähm, da kann man nicht mehr upgraden. Okay, das heißt, ich schicke die wieder runter hier. So. Gut, den können wir auch nicht mehr upgraden. Dann würde ich sagen, rüber jetzt, Attacke. Let's go. Nicht pennen, Jungs. So, wir wählen jetzt alles aus. Alle rauf auf die Sau. Wow, jawohl, den haben wir eingenommen. Gut, das war ja sehr schwer. Erste Mission, klar, Tutorial. So, wir kommen gleich in die nächste, sehe ich gerade. Und, äh, alle, äh, Dingsbombs des Feindes, äh, äh, einnehmen. So, das lässt sich da machen. Haben wir alle auf die Sau hier. Das ist ja nicht so schwer. Wieso sehe ich nicht, wie viele der drin hat? Das wäre sehr gebräuchlich, wenn ich weiß, wie viele der da drin hat. Okay, okay, Leute. Ich muss nur mal in die Steuerung. Upgrade-Menü, ähm. Ja, sonst gibt's hier eigentlich nix. Upgrade-Menü anzeigen. Ja. Aber leider sehe ich nicht, wie viel der hat. Das wäre nämlich wirklich eine gute Info. Egal, wir walzen den einfach nieder hier und Ruhe ist, ne. Da kommt eine Armee auf den zu. Da hat er, glaube ich, nicht mehr viel zu melden, der kleine Scheißer hier. Aber es ist ein bisschen blöd, wenn man nicht sieht, wie viele da drin sind. So, jetzt gehen wir mal zum Menü. Oh Gott, das war das zweite. Ja, wisst ihr was, Leute? Wir machen das gleich wie Männer. Wir spielen das auf schwierig. Und wenn wir es nicht hinkriegen auf schwierig, dann gehen wir mit dem Schwierigkeitsgrad einfach runter, würde ich sagen, ne. Ja, da gibt's nur Bestzeiten und sowas. Ich überlege gerade, soll man schwierig oder wie spielen wir das? Ja, egal, wir machen weiter. Ich kann mich nicht recht entscheiden, machen wir auf normal weiter. So. Alle Gebäude des Feindes erobern. Jetzt sehen wir, wie viel drin sind. Na, endlich. Okay, da habe ich drauf gewartet. Ey, der ist ganz schön schnell und ihr seht, die KI mischt jetzt auch mit. Äh, das geht dann schon zackig hier. So, dann erobern wir mal das da. Das da will er haben. Das ist aber jetzt unseres dann. Das gebe ich nicht her. So, das werden wir ihn erobern lassen. Und dann werden wir da reinrascheln, dass es nicht mehr weiter geht. So. Das schnappen wir uns jetzt. Und das werden wir auch schön upgraden. Wenn das natürlich geht. Können wir das upgraden? Ja. Schade, dass man das nicht wirklich sieht hier. So, wir upgraden das jetzt alles hier mal. Ob das jetzt natürlich so gut ist, weil der könnte uns überrennen. Das weiß ich nicht. Aber im Moment ist er ja sehr friedlich, ne? So, das upgraden wir nochmal. So, dann schicken wir mal alle da hin. So, da müssen wir jetzt defen. Ihr seht, der kommt ein bisschen da rüber, die Arschgeige. Aber da haben wir viele drin. Das sollte hinhauen. Der kann uns mal kreuzwerse. So, wir produzieren inzwischen Truppen wie Sau. Das läuft. Das läuft. Wir machen das dann nochmal größer. Das kann man nochmal upgraden. Das kann man auch nochmal upgraden. Der kommt schon wieder da rüber, der Sauhund. Ihr seht, der ist ganz schön lustig. So, wo geht der jetzt hin hoffentlich? Wollen wir mal gucken. Da kann man nur upgraden. Das kann man, das kann man nicht mehr upgraden. Ich upgrade jetzt alle mal. So. Jetzt sieht das ganz gut aus hier. So. Die schicken wir jetzt alle in die Mitte. Und dann werden wir einen schönen, fetten Angriff auf den Sauhund hier machen. Wir markieren jetzt alle. Und jetzt geht's rambazamba darauf. Leider sehen wir nicht, wie viel der da drin hat. Das ist ungut. Ich muss praktisch raten, aber egal. Den überrennen wir einfach. So. Wir müssen da dringend mithelfen. Sonst gehen die hier down. Das geht natürlich gar nicht, ne? So. Hier haben wir genug. Den überrennen wir jetzt einfach. Zack. 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 Und da oben auch nochmal. Und Ruhe ist. Wir haben gewonnen. Ne, haben wir nicht. Haben wir nicht. Er will da rauf. Das müssen wir jetzt treffen. Weil wenn der unterwegs ist, kann er das Gebäude wieder einnehmen. Seht ihr? So geht das. Aber wir haben jetzt gewonnen. So schaut's aus. Das wird natürlich nur wesentlich schwieriger, ne? So. Alle Gebäude des Feindes erobern. Das ist jetzt nicht so das Megaschwierige da. Wir ziehen die jetzt alle hier zusammen, die Kräfte. So. Er will uns verarschen hier, glaube ich. Aber das Problem ist halt, der hat dieses fette Ding da. Das muss man jetzt einmal einnehmen hier. Hier. Wird's reichen? Ah, noch nicht. So, ich will das jetzt haben hier. Ja, wir haben's. Sehr schön. So, alle darüber jetzt. Sehr schön. Alle darüber. Locker, zackig, flockig machen wir das, Leute. So, da schaut's aus. Nicht mit uns. Da muss man schnell sein. Wir hatten zwar viele Gebäude, aber er hat ein Megagebäude gehabt, ne? Und mit dem kann er natürlich alles durchraschen. So, was ist jetzt? Nochmal, oder was? Haben wir das nicht gerade gemacht? Jo, ich habe erneut spielen gedrückt. Oh, ich bin ein Tödel. Sorry, Leute. Mein Fehler. Okay. 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 So, wir überrennen den jetzt einfach hier. Den werden wir einfach überrennen, den kleinen Scheißer. Und wir haben's. So sieht's aus. Jo, haben wir das halt zweimal gespielt. Ich glaube, ich habe erneut starten gedrückt, start next level. Wir gehen auf den nächsten Level. Alle Gebäude des Feindes erobern. Okay. Das ist ein neutrales Gebäude übrigens. So, die schießen auf Feinde. Das ist sehr nützlich. Das werdet ihr nur sehen. Ja. Öh. Sie schießen auf Feinde. Ich kann hier nicht fortfahren. Dann gehe ich auf überspringen einfach. Wenn ich nicht fortfahren kann, gehen wir auf überspringen. Wir werden das jetzt mal einnehmen, da. So, der schießt. Also, da muss man ordentlich rüberbuttern, damit die auch ankommen hier, ne? Aber das haben wir gleich. Jawohl. So. Der Turm gehört jetzt mir. Jetzt müssen wir ein bisschen warten. Ich weiß ja nicht, wie viel er da drin hat. Den Turm können wir natürlich auch upgraden. Kann man upgraden? Ah, da brauche ich 20. Okay. Da müssen wir ein bisschen was reinschicken hier. Dann können wir den upgraden. So. Müssen wir natürlich aufpassen, dass der uns nicht überrennt hier. Aber es sollte so weit hinhauen. So, wir brauchen 20. Dann können wir hier wieder upgraden. Ich schicke mal ein paar rüber. Das ist sehr gefährlich, einen Turm alleine zu lassen, bitte. Übrigens, ne? Ihr seht, jetzt habe ich viel weniger wie er. Und die KI ist nicht blöd. Normalerweise greift die eigentlich relativ an. Im Moment ist es nur ein bisschen tutorialmäßig. Darum ist die etwas friedlich, ja. So, ich gebe jetzt alle hier rüber. Und wir werden dann gleich angreifen hier. Diesen Turm mal erobern. Das muss zügig gehen dann. So, und jetzt rüber die Scheiße hier. Zack, boom, bang. Ihr seht, der vernichtet mal die Leute. Also, da muss man ordentlich ran. Und wir haben es. Jawohl. So, jetzt nehmen wir das so. Und wir werden den Sauhund hier erobern. 16 Leute, der hat er noch drin. Das sollte rechnen, dass wir ihn da haben. Alle rauf auf ihn. Wumms, geschafft. So sieht es aus, Leute. So sieht es aus. Ja, es ist nur ein bisschen einfacher im Moment. Aber das wird nur werden. So, jetzt muss ich schauen. Alle Gebäude, das fängt es. Dann nehmen wir mal das ein. Oh, scheiße. Das habe ich den da übersehen. Fuck. Das ist natürlich suboptimal hier. Aber gut, wir haben das Ding eingenommen. Ist mir auch recht. So, dann nehmen wir mal den da ein. So, volle Wäsche, alle rauf hier. So, das haben wir sehr schön. So, dann schauen wir mal. Wir müssen die ein bisschen upgraden hier. Der versucht, das einzunehmen. Wenn ich den Tun hier hätte, das wäre natürlich super. Das heißt, ich werde jetzt den abluchsen hier. Was sehr gefährlich ist. Ich spiele gerade mit meinem Leben, denn ich habe weniger wie er. Aber verteidigen ist leichter. Annehmen. Äh, einnehmen. So, annehmen. So, komm, wir können es tun runter. Wir haben ihn behalten. Ja, so. Der Turm ist wichtig zum behalten hier. Natürlich der auch. So, wir müssen dann noch ein paar rüber schicken hier. Den könnte ich jetzt upgraden. Aber ich lasse mal die Leute so drin. Ähm. Ihr seht es auch, warum, ne? Der will den schon wieder einnehmen, die Kröte hier. Ah, der wird schwierig zum Halten sein. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Die Türme sind halt wichtig. Denn die geben eine gute Dev-Pose. Oh Gott, der will den wirklich haben hier. So eine Scheiße. Aber den hole ich mal wieder. Er produziert halt mehr Leute im Moment. Ich glaube, ich muss mich zurückziehen, Leute. Wir werden diesen Turm nicht halten können. Das geht leider nicht. Das ist scheiße. Wir müssen jetzt ein bisschen Deffen hier. Er hat besser ausgebaute Dinger hier. Der wird uns gleich überrennen, wenn wir nicht aufpassen, ne? So eine Scheiße, Leute. Leute, Leute, Leute. Das ist kacke. Äh. Das ist nicht gut, was wir hier machen. Ich hätte da am Anfang upgraden sollen. Also ihr seht, es ist nicht so einfach, wie es ausgesehen hat. Aber jetzt müssen wir versuchen zu überleben. Und ich hoffe doch, dass wir es hinkriegen. So, hier mal ein paar Leute rein. Kann man den nur upgraden hier? Ja. So, Leute rüber hier. So, wir werden jetzt ein bisschen auf Def gehen. Mithilfe des Turms verteidigen. Und dann einzelne Dinger hier einnehmen. So, jetzt brauche ich hier 10. Dann kann man die upgraden. Wir brauchen mehr Leute. Einfach mehr, mehr Leute. So. Schön upgraden. Das läuft hier, das Upgrade. Der geht wohin auf den da? Oder auf den? Oh, scheiße. Oh, kacke. Ah, scheiße. Der geht da hinten. Oh, fuck. Retour, 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 Leute. Retour, retour. Oh. Lasst euch das nicht wegnehmen da. Ich glaube, das werden wir verlieren, Leute. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Shh. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.